alles okay mein ganzes monatsgehalt verzockt in einer nacht ist das einzige was mir noch übrig geblieben ist und das macht dich so traurig was denn sonst weißt du was schade ist die menschheit sucht nur noch durch geld nach glück sie sind nicht mehr zufrieden mit dem was sie haben ich habe ja nichts mehr doch deine gesundheit du bist doch gesund oder denk schon ist das nicht viel mehr wert als das ganze geld auf dieser welt fast niemand mehr dankt abends dafür dass er gesund ist es wird als selbstverständlich angesehen jeder ist egoistisch und versucht den anderen zu übertrumpfen wirklich jeder den du auf der straße siehst der denkt er sei besser als du er ist sich zu 100 prozent sicher dass er viel intelligenter und besser aussieht als das ist die krankheit der menschheit sei anders sei glücklich sei zufrieden mit dem was du hast und sei dankbar vor allem dankbar für deine gesundheit ja da hast du recht